Willkommen hier zur nächsten Folge. Let's Play für Minecraft. Mich verfolgen. Gerade. Skelette. Hallo. Ich bin's. Pit. Hallo. Lol. Lol. Was brauchst du das? Ah, da ist ein Skelett. Haut es mal. Gut. Jo, zwei Stacks Eisendast. Aber ansonsten läuft. Hä? In der Ebenen. Ich kann grad auf gar nichts zugreifen. Hä? Hä? So baust du Blöcke kaputt. Hä? Wieso machst du nur Dingens? Warum kann ich nicht auf so Sachen zugreifen? Weil du schlecht bist. Good to reconnect. Ah! Hm, komisch. So, mach mal die Magma-Cruise Bill Kaka. Hier war doch irgendwo in einem Eimer. Oh, da ist so. Wie viele Ferris haben wir schon. Ah, no, gut noch. Bin ich grad dabei. Na, und da wird schon gerufen? Mir hat's genau gehört. Oh, nach der Folge gibt's wenn wir was zu essen. Oh, ich hab auch Hunger. Nee, ich hab keine Hunger in die. Ich hab auch vorhin zwei Packungen, ähm, Tesam Sticks, jeweils 25, 25 Gramm, keine Ahnung, jeweils 50 Gramm reingezogen vorhin. Apropos Tesam Sticks, alter, richtig krass, als du voll weg warst. Apropos Tesam Sticks, der Mannschaft gratulieren, ne, ne, ich saß so da, hab so bisschen Scheiß gebaut, hab so ein Bruder so oft gesetzt, aber wieder, ausfahren, ne, und dann, auf einmal, hab ich so abgezogen, ne, auf einmal, fällt mir so eine Leere, eine Packung auf dem Top von Sesam Sticks. Ich weiß nicht, warum, auf einmal ist es von meinem Kopf runtergefallen, obwohl die Vorfahrt im Schreibtisch lag. Kein Plan? Du kannst zaubern. Ich weiß, ich dachte zuerst so, irgendjemand, meine Mom ist hinter mir und will mich trollen oder so, aber kein Plan, was denn los war, man. Mysteriös. Ja. Will krank, man. Was auch für krankes ist. Wir müssen schon wieder Kohle in den Flamtendinger reinhauen. Ich hab schon eingeschrieben im Steam. Oh, mein Gott. Die Creeper wollen immer pushen. Yo, noch einer. Geil. Die soll mal aufhören zu pushen, ohne Witz. Reicht unser Copper noch, oder muss ich Copper fahren gehen? Ähm, also es wäre schon gut, wir haben jetzt noch 13 Inglitz. Also, Inglitz, da würde ich schon nicht pushen, muss man sagen hier. Und vom Copper, motherfucker. Okay, haben wir hier irgendwo Glas. Ich muss noch fackeln. Da fackelt er nicht langmut, kraftet fackeln. Aber der Witz ist so ausgelutscht. Oh, Opfer, der war noch nie lustig, aber... Da facke ich halt nicht langmutig auf den Fackel mit raus. Scheiße. Geh dich vergraben. Kacke, ich muss doch in die Wüste. Und deswegen gehst du in den Nennern auch nicht, dass es also muss. Ne, ich hab den komischen Dingerrichter geplantet. Den Magma Crucible. Ich muss doch in die Büste, aber das mache ich erst nachts. Ist es gerade nacht? Alter. Ich hab das doofe Gefühl, dass ich angeschrieben werde. Wegen was Wichtigem? Ne, aber in Steam halt, ich muss mal kurz rauszuhören. Habit out! Ja, die Dingensaufnahme wird dadurch ja nicht unterbrochen. Ne, normalerweise nicht. Weiß noch, als die Leute von PeaceMedia mal voll Schiss hatten. Bei Minecraft. Und das war sogar in der neuen Season. Alter, ich soll ihn in die WhatsApp-Gruppe einladen, obwohl er schon drin ist. In das für eine? In die neue halt. Hey, in welchen neue? Hä? Du bist so verhindert. Welche neue WhatsApp-Gruppe? Ich hab, Alter, ich muss doch eine neue erstellen, Mann. Ach so, stimmt ja. Du bist so verhindert. Ist die schon drin, die neue? Bin ich da schon drin? Natürlich. Oh, Pits! Ich glaub, du bist aus der alten Sonne schon ausgestiegen. Nein. Wenn, dann wurde ich rausgekickt. Er schreibt mir erst so, kannst du mich in die neue WhatsApp-Gruppe einladen? Dann, ja, ja, hab nichts gesagt. Sorry für die Störung. War die Rechtschreibung mal korrekt, oder war es schon wieder irgendein Autokorrekturfeld? Natürlich war die nicht korrekt von ihm. Was ist, glaubst du überhaupt? Das ist David. Der Papa. Ich mach jetzt einfach mal die ganze Scheiße hier weg. Das brauch ich noch. Brauch ich nicht. Brauch ich, brauch ich. Brauch ich. Neh mir noch ein paar Melans mit. Nehme ich doch eine Axt mit so ein bisschen Holzfahnd. So. Hoppala. Weil. Wir brauchen Kaktüschen. Kaktus. Aber da ist ja direkt eine Wüste, wenn wir nach oben gehen. Echt? Weiß Scheiß. Dann bin ich mal kurz out. Und raus. Und so. Und hohe kurz. Was? Axtus. Nehme ich mich fort schon richtig so, wenn wir alles nach oben transportieren wieder. Ja, wird bestimmt geil. Klar. Ah, ich hole auch noch so kähnendes Zeug. Damit wir uns ganz viele kähnendes Becks machen können. Hehehe. Oh, ich hab Dingens vergessen. Kohle. Ich hab keine Kohle. Ach, X-Feuer. Hä, wo ist denn eine Wüste? Da ist auf jeden Fall Sand. Ja, aber keine Wüste. Also beim alten Ausgang ist es auf jeden Fall eine Wüste. Oder zumindest Sand. Mann, nimm halt den Sand. Ist doch egal. Ihr baut aber Kaktuschen. So. Musst halt mal ein bisschen auf die Suche gehen. Eingen. Eingen. Extra groß hier. Alter, wir hauen schon einiges an Kohle raus, ne? Ich hab keine Hand auf die Tastatur, guck. Oh, ich laufe. Was? Ja, ich hab mal wieder den geilen Glückschirm bekommen. Was hast du? Ich hab keine Finger an der Tastatur oder auf der W-Tastatur oder sonst irgendwas im Lauf halt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Illuminaten. Hier ist doch eine Wüste. Oder? Ja, hier ist eine Wüste. Sag ich doch, keck. Ja, ich dachte, du meinst halt den Strand, weil der Strand sieht auch so leicht aus wie eine Wüste. So ein bisschen so. Gestrandet. Ja, das ist ein Kaktuschen. Leider, wenn man die Clique gehört. Oder hat man es gerade gehört? Äh, nein. Ach ja, alles gut. I love my new mouse. Hab ich schon mal gesagt? Ich komm endlich mit der mal klar. Obwohl, das komm ich schon seit einer Woche oder so. Seit wann hab ich denn die? Nichts kurz vor Weihnachten. Na, kurz vor Weihnachten hab ich mir die gegönnt. Will ja nicht pushen, aber ihr müsst mal versuchen, eure Freunde irgendwie das Geld aus der Tasche zu ziehen, indem irgendwelche Wetten abschließend total chillig sind. Ja, genau. Pisser. In 10 Minuten oder ein bisschen weniger ist die Folge zu Ende, oder? Und da bin ich erstmal was essen. Ja, in 9 Minuten. Ne, du bist noch nicht ausgestiegen, Pixel. Hä? Du bist noch drin in der alten Gruppe. Die Gruppe heißt sogar verlassen. Ja, mach ich gleich. Ich sag jetzt, ich sag jetzt zu David, ist egal, Papa. Ernsthaft? Weil er sagt, er sagt, dass er nicht checkt, warum es eine neue Gruppe gibt. Ist doch egal. Es gibt halt eine neue, Mann. So. Gruppeninfo. Verlassen. Ach, das ist ja der Betreff? Ich tue da eiskalt drauf. Du könntest schon verlassen. Ja, ich... Das fand ich noch die neue dran. So, Leute. Ich bin übrigens... Ich bin übrigens da. Ich bleib da noch so lang drin und guck halt, dass die Leute aussteigen. Ich hab ein Dorf gefunden. Oh mein Gott. Ah, ich hab gebockt, den Tote mit abzubauen. Mika ist da drin zur Zeit atmen. Es sind nur noch... Ne, es sind noch fünf... Es sind noch fünf Mitglieder, beziehungsweise sechs mit mir. Ich hab Blaze Powder. Ich frag mich, das regt ein Glitch. Wie war das? Mit Blaze Powder. Mhm. Minimum Stein. Gib doch mit Candlestbacks ein Glitch, aber das langweilig. Minimum Stein. Sobald du... Sobald du ein Blaze Rod hast, hast du unendlich Blazes, wenn du den Minimum Stein hast. Und Meserator halt. Weil man kann da eine Blaze Rod irgendwie halt zu vier... Neun Stangen... Äh, ne. Eine Blaze Rod zu vier Powder machen. Mhm. Und dann das Powder mit dem Minimum Stein wieder zu... Mit dem Minimum Stein halt wieder zu Stangen machen. Und die Stangen wieder zu Powder. Und das vermehrt sich ja dann. Ja, weil du ja immer ein Powder mehr rausbekommst. Ne, zwei sogar. Ja, dann am Ende, wenn du zwei... Ne, du brauchst zwei Powder, um eine Stange mit dem Minimum Stein zu machen. Und aus der einen Stange bekommst du dann vier Powder. Ja. Das verdoppelt sich also immer pro Durchgang. So kannst du ja einfach dann easy drei, vier Stakes da... Blaze Powder und dann... Braucht man eh nicht. Blaze Powder. Das ist... Braucht man so selten. Hm. Hier ist leider nicht mal eine Schmiede, soweit ich das jetzt gesehen hab. Oder ich geh... Guck mal noch da oben. Weil ich glaub auf dem Minimum ist da auch nix außer Felder. Ich hab noch keinen neuen Copper gefunden. Krass. Aber vielleicht wäre in der Schmiede eine... P-P-P-Port... Ortl... Organ... Da ist Copper. Jetzt aber noch Kartoffeln, aber Karotten sind besser, wenn man die nicht brutzeln muss. Ja, aber wenn wir eh den... Wir haben eh den guten Ofen. Ist doch egal. Oh, da sind noch mehr Copper. Das ist eh so ein kleiner Melonenfresser. Na, wenn wir Fleisch haben, ist ja auch Fleisch. Nee, du bist Vegetarier. Ich hab 16 Copper erfarmt, beziehungsweise... 16, 16? Ja, 16. Also, ich bin Vegetarier. Aber... Aber... Nicht in Real Life. Nicht... Äh... Im Game Store, in Real Life. Was? Klär mich auf. Was? Wo bist du Vegetarier? In Real Life. Echt? Echt? Da hat er wohl. Also, ich hab mal ganz klein, aber hab ich mal Fleisch gegessen, aber ich hab keine Ahnung, seit 4 oder 5 bin ich Vegetarier, ich mag kein Fleisch. Ja, wenn ich's nicht mögen würde, würde ich's auch nicht essen. Ja, was heißt nicht mögen? Ich mein... Ja, keine Ahnung. Genau, Vegetarier. Sachen, die ich noch nicht wusste, obwohl wir uns schon ewig kennen. Ja, Sachen, die du nicht wusstest, weil's falsch ist, Junge. Kaufen wir nicht so viel ab, Mann. Nein, ich überleg' gerade. Ja, aber... Nein, das ist jetzt falsch, das ist klar. Ich überleg' nur, ob ich nicht ein Vegetarier kenne. Genau, wir können ja immer über so Random-Themen reden. Also, meine Großtante ist Vegetarierin, aber man, also, ja, die ist, ah, hm, was heißt... Ja, Vegetarierin isst, aber wenn irgendwie Geburtstag ist oder so, dann isst du auch notfalls Fleisch. Ja. Mein Onkel musste mal gezwungenermaßen Fleisch essen, weil's irgendwie nix anderes zu essen gab, auf irgendeiner Schiffsfahrt, glaub' ich. Da musste der dann Fleisch essen. Da musste er Fleisch essen. Das. Wann jetzt eigentlich die Gründung der aktuellen Steam-Gruppe? Weil das war ja dann die Fusions-Steam-Gruppe. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken. Aber ihr wart damals eigentlich auch nicht so viel, ne? Ne. Wir waren damals echt nicht viel. Das Problem war, damals haben wir den Clan, der war ja schon mal vorher, der PWS. Ja, und dann war das ja ziemlich aufgelöst. Und dann haben Till und Max den Video angefangen... Ja, das war ja eigentlich ein CSS-Clan. Ja. Ja, und dann wurde halt ein MB2-Clan. MB2, best game for ever. Alone. Never beaten, sag' ich mal. Also, Ghosts... Nein, Ghosts ist niemals besser. Ich feiere, also ganz... Ich meine, viele Leute finden ja MB3... Ich meine... Geht so. Mir gefällt's auch vom Aussehen her gar nicht so. Also, so. Und es fühlt sich nicht, dass es sich gut anfühlt beim Spielen. Aber... Ich glaube, auf Konsole fühlt sich das ein bisschen besser an, vielleicht. Ja, auf Konsole vielleicht, aber... EC Forever. Da brauch ich dir gar nicht mehr dazu sagen, zu dem Thema. Haben wir Sand. Nein, haben wir nicht. Die beste Konsole ist doch, haben wir noch ein bisschen Sand. Oder ich hab's alles verbraten. Nein, nein, nein. Wir haben... Beste Konsole ist Xbox 360. Ja. Ich finde Xbox auch geiler. Ich hab auch einen richtigen Xbox-Controller für meinen... EC? Ja. Ich will mal irgendwas gegönnt zwischen den Jahren. Für 40 Euro oder so. Oder 30. Und den kann ich, glaube ich, auch an die Xbox anschließen. Ich weiß es aber nicht. Ne, eigentlich nicht. Doch. Nicht? Irgendwann, da gab's nochmal irgendwann ein richtiges USB. Irgendwas war da doch. Auf jeden Fall ist der halt... Irgendwie eigentlich eher gedacht. Ich glaub, das ist... Ich glaub, das da hinten ist 10, aber ich hab' keinen Bock in die Schlucht zu gehen, weil da fließt so viel Lava. Und, Leute, hier fragte ich sicherlich, für was hab' ich diese... diese... Kaktus-Kacki geholt, ja. Ähm... Kaktus-Kacki geholt. Stimmt, damit ist es genau... Wirry. Waterproof Pipes. Ich gebe das auch, glaube, Marta, weil ich hab' keinen Bock in die Bienen zu machen und da bekommen halt... Pipe waterproof raus aus den Kaktussen. Aus einmal aus Bee-Wax. Und einmal aus Kaktus-Klee. Genau dafür... Machen wir das halt. Ja, da hast du die Lava nicht... Äh, da hast du die Lava nicht, äh, raussprudelt. Müssen wir natürlich um die Steinrohre... Logisch, um die Steinrohre... Ja. Müssen wir noch wasserdicht machen, damit die Lava nicht rausfließt. Das ist Logik von Minecraft, ja. Also, wenn man die verstanden hat, kann man eigentlich auch gleich seine Doktorarbeit machen. Ja. Jo, ich komm' gleich. Essen? Ja, klar. Ah, wir auch. Erstmal fett in Aufnahme. Erstmal fett in Aufnahme. Ja, dann können wir ja danach dann... Ja. Die Folgen sind zu Ende. Ja, ich brauch' ja noch den Kopf fertig, ich hab' Einen guten Appetit für dich. Und... Jo, tschau' Leute. Ciao. Ciao.